So, da sind wir beim nächsten Versuch, Minecraft zu spielen. Ich bin ja mal gespannt. So, wir sind wieder im Game drin. Und mal gucken, wann wieder die ersten Fehler kommen. Oh Gott, ey, das erinnert mich an das alte Adventurecraft. Als ich das alte gespielt habe, ist auch alles abgekackt. Mein ganzer PC ist gestorben, aber es scheint jetzt zu gehen. So, wir müssen uns mit F4 im Debug-Mode mal eben zufriedenstellen. Hat der nette Mappersteller gesagt, da der Boss irgendwie, keine Ahnung, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Diese Tür hier sollte auf jeden Fall eigentlich aufgehen. Was ja nun nicht gegangen ist. Wir können sie aber abbauen. Dauert eben jetzt ein bisschen. Dieser Debug-Mode, da kann man halt, das ist sozusagen, glaube ich, der Mode, in dem man den ganzen Quatsch scripten kann und so weiter und so fort. Und ja, da bauen wir uns jetzt eben durch. Und dann haben wir das auch. Ist halt jetzt ein bisschen blöd, aber den Boss irgendwie zu resetten, das ist irgendwie schwierig. Und ich fange bestimmt jetzt nicht an, das ganze Game nochmal bis dahin zu spielen. Nur um jetzt hier nochmal irgendwie, ne. So, jetzt können wir mit F4 den Debug-Mode wieder ausmachen. Und zack, sehen wir. Ah, das ist wunderbar. So, hier sollten wir also jetzt drin sein. Was ist los hier? Boah, das kotzt mich schon wieder an. Ich hab gerade richtige Aggressionen auf das Spiel hier. Nicht wegen der Map, sondern doch wegen den Gegnern. Doch schon wegen der Map, wegen den Gegnern eben. So, jetzt geht weg, Alter. Jetzt hör doch mal auf mich dauernd hier zur... Machst du auch noch den Skelett? Ich hüpfe hoch, Trick oder was? So, Entschuldigung Leute. Ich weiß, das ist gerade schlimm. Aber ich verspüre gerade unglaubliche Aggressionen gegen diese Gegner hier. Das ist unglaublich. So, jetzt kommt wieder so eine Jump-Action, die kein Mensch kann. Ich wusste es. Boah, da war aber bei Gary schon so schlimm. Ohne Kack. Da bin ich... Oh, schon ausgerastet bei den Kack-Dingern hier. Das kann doch nicht sein. Zit, jetzt mach das doch mal. Warum gehe ich hier eigentlich hoch? Willst du mich... Willst du mich... Willst du mich... Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Hey! Meckern, bläst du shit! Okay, Leute. Jetzt reicht... Boah! Was macht die Scheiße denn auch da oben? Ich krieg zu viel! Piss dich. Entschuldigung. Geh! Weg! Du da unten erst Schieß mich doch von oben noch mehr ab Ja Es ist gut Mann Ja Das gibt's doch gar nicht Ey Ich krieg zu viel Ich krieg zu viel Ey Leute Ich finde das gerade auch gar nicht mehr lustig Wo Geh auf dein Leben Alter Ich hasse euch beiden so sehr Geh Wo ist der andere Wo ist der andere Ist der jetzt nur noch Da Schon wieder zwei Wo kommt ihr denn her Habt ihr jetzt hier Happy Wheels gespielt oder was Aha Door is open Ah Jetzt ist zum Glück da oben mal keiner von diesen Idioten Ey I can't believe this shit Warum ist das Warum Ey komm Ist das euer Ernst Ich bin schon wieder tot Ich bin schon wieder tot Ja Leute Das Leben eines Netzplayers Ist nicht immer einfach Manchmal wird man auch Schon wieder Ich kotze gleich Ich kotze gleich So wie ich in meinem Leben noch nicht gekotzt habe Ich kotze gleich so heftig Jetzt komm runter da Du Affe Geh doch runter da Hey really Boah 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 Wird Zeit Da ich nen Bogen kriege In dem Game Das gibt's nicht Das gibt's doch gar nicht Ich stand doch oben drauf Und dann kriegt er mich oder was Das gibt's doch gar nicht Ich glaube es nicht Das gibt's doch gar nicht Ich hab's geschafft Und der Penner der holt Das gibt's doch gar nicht Alter wie ihr mich aufregt Wie ihr mich einfach nur verdammte Scheiße aufregt Ihr Scheiß-Skelett-Kack Scheiß-Bogenschützen Komm runter da oben Komm runter du kleines Arschloch Komm runter da oben Lass mich verdammte Scheiße in Ruhe Da unten ist ja noch einer Jetzt geh doch endlich Warum muss man den verkackten Raum Jedes Mal neu machen Ich kotze gleich So Mein Gott War es denn so schwer War es denn so schwer Kevin Alter Ich hab noch nie So eine Dermaßen behinderte Scheiße gesehen Das gibt's doch gar nicht Dieser verdammte Opa Dieser verdammte Opa Alter Das meint er nicht ernst Ja Er ist tot Ja Ja Nein Alle müssen sterben Really Alter Leck doch noch mehr Minecraft ist kaputt Meine Nerven sind kaputt Ist ja ein ganz tolles Spiel Ganz toll Das da kommt Ach du Scheiße Ey Das meint ihr doch nicht ernst Oder Ey verdammte Scheiße Nochmal Das könnt ihr gar nicht Kann ich nicht so scheiß Schalter Ja doch Jetzt bring mich um Ey Gar kein Bock mehr So Den Schalter hätten Alter Boah Es leckt einfach Unglaublich Es ist Es ist Meine Meine scheiß Festdingen Sind schon voll Kann Kann aber gar nicht sein Dass die schon voll ist Oder warum Kackt das so übelst ab Ne Ist noch lange nicht Voll Und was ihr da eben gelabert Von wegen Out of memory Kann auch nicht sein Das hatte ich noch nie Mein PC Kann höchstens sein Dass mein PC abkackt Ey Das ist so ein So ein Dreck Im Moment Ne Ich könnte heulen Manchmal So Wo bin ich jetzt Ach so Was hat mir das jetzt Ach stimmt Ach stimmt Das eine Ihr wisst schon Was Das Dingens Hat sich ja da Ne Der Weg zu der Truhe Die hier war Jetzt gleich Habe ich es aber Hoffentlich mal Geschafft Jetzt gleich Habe ich es Hoffentlich Mal Geschafft Das wäre so Nice Mann Der Tempel Der hat mich Bisher Ohne Witz Der hat mich Bisher so An den Rand Eines Wut Ausbruchs Gebracht Das ist unglaublich So hat mich schon Lange Ey komm Komm Die meinen das Es leckt Ich kann es nicht sehen Es leckt Und die meinen das Die meinen Warum treffe ich die denn nicht Die meinen das immer wieder Aufs Neue Ernst Das ist deren Ernst Alter Wollt ihr mich verarschen Dass ich hier die ganze Zeit rum Ich bin tot Soll mir jetzt auch egal sein Ich habe den Schlüssel